Aus, nach innen kommen, wo bin ich dann? Oh, nein, das ist nicht Schiebern, das ist hier hinten, ne? Warnbein, exakt. Und wenn ich jetzt mit meinen Schuhen zu viel hake, wo bin ich dann? Auf deinem Fuß. Das ist eine tolle Übung, zu sehen, ob man echt Freund ist. Das heißt, das heißt Vertrauen, oder? Siehst du die 200? Vertraust du mich? Glücklich. Warte, das muss ich an, das habe ich ausgedacht. Du wolltest ja morgen so und so zum Arzt, ne? Stimmt. Ja, na, okay, 200, ja? Gut beobachten und dann könnt ihr das jetzt gleich üben.